Das Ding ist... Das Ding ist... Hobi! Hast du eine Sekunde für mich? Ja, auf geht's! Ich mach das etwas unorthodox heute mit dieser Kamera hier. Aber... Wenn Christian Hommel schon mal das Siegdor schießt, da muss man ihn ja auch fragen, wie weit seid ihr und wie fühlt sich das an für dich, man Siegdor zu schießt? Wie fühlt sich das an? Das ist nicht das erste Mal, oder? Ich bin ja dafür bekannt, dass ich für diese wichtigen Tome da bin. Nicht für viele, aber für wichtige. Ich hoffe, dass ich sowas in der Saison öfters machen kann. Der Mannschaft somit den einen oder anderen Punkt sichern kann. Aber das war das erste Spiel. Wir haben uns schon auf unsere Sachen konzentriert. Einfache Sachen. Das Ergebnis war eigentlich erstmal sekundär. Aber so ein Sieg tut gut. Jetzt gehen wir ein kleines Bierchen drängen. Genießt es. Danke dir. Danke. Bis später.